Ich habe mal wieder was geschenkt bekommen und zwar diese beiden Stühle hier. Die sind ja eigentlich so wie sie sind, schon ganz hübsch, aber bei dem einen Stuhl fehlt in der Rückenlehne eine Strebe. Die werde ich natürlich ersetzen und dafür weiche ich sie vorher ein, damit ich sie schön biegen kann und schneide sie auf die richtige Länge zu. Ich habe mich dann am Ende doch entschieden, den Stühlen einen neuen Anstrich zu verpassen und dabei habe ich gleich den neuen Farbton von Annie Sloan Chalkpaint ausprobiert, Coolabar Green. Bis zum nächsten Mal.